Doch, die Steine behalten. Noch eins. Na, klasse. Oder muss ich den überhaupt bauen? Aha. Nein, ganz bestimmt nicht. Auch wenn ich 43.000 hab. Hm. Nee, ich brauch das trotzdem nicht. Ich will dann doch lieber den Hubschrauber lange Platz haben. Außerdem weiß ich echt nicht wofür. Oder ich muss den einfach bauen. Hey. Ah, verdammt. Ja. Oh. Schön. Hoppala. Ach so. Okay. Okay. Ja. Komm. Oh. Das mit dem Zielen ist total heftig. Na komm. Oh. Ich ziel doch da drauf. Danke. Okay. Wie. Der Marsch hat so. Ach komm. Jetzt sag mir bitte nicht. Ich muss nur noch das kleine bisschen füllen. So war's das jetzt? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich spiele das. Musst du mir aber nicht unbedingt zeigen. Oh ja. Mhm. Ich krieg langsam Übung mit diesen Katapulten. So. Alles einsammeln. Das hier auch noch machen. Oh, aber ich hab 20.000. Und wieder ein Goldenschein. Das hier auch noch ein paar Kiste zufällig. Ah. Okay, ich dachte, man könnte das auch so wechseln. Verdammt. Ah, so eins. Ja, ja, ich seh den Parcours. Dass man das aber auch nicht abbrechen kann. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich seh es. Ich seh es. Ich seh es. Hoppala. So, direkt reinfahren. Jetzt können wir auch noch schön hinterherlatschen. Bzw. Erstmal alles was einsammeln. Wobei ich immer noch nicht weiß, wofür wir die brauchen. Aber egal. Ach, oder Moment. Gab es nicht im Polizeirevier dann sowas, wo man Sachen kaufen konnte? Bestimmt. Ganz bestimmt gab es das. Ich hab's nur wieder vergessen. So, grün. Okay, wofür brauche ich das? Ich seh grad gar nichts. Ohne Scherz, wo muss ich das? Ach, natürlich. Klar. Ah, klar. Grad voll verpeilt. Noch ein Katapult. Super. Ja, komm. Au. Dein. 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 Ja, das hat, glaube ich, wirklich weh. Ich mein, für ne Lego-Figur. Ich muss hinten aufs Dach, um zu sehen, wo der Hubschrauber gelandet ist. Na komm, gib mir nen Schlüssel. Ah, Tür. Ja, komm. Ja, jetzt drehe ich den auch noch. Aha, was ist denn hier? Ja. Single-Tone-Pups. Ach so. Das ist Rex. Vinny arbeitet also tatsächlich für ihn. Ja, ja, komm. Da komm ich niemals hin. Was reden die bloß? Ja, da müssen wir einfach mal das Ding benutzen. Wir erst mal da mit. Noch ein Job? Wir hatten nen Deal. Ich hab Can die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Den T-Rex hab ich auch beschafft. Und den Riesensmaragd. Und das Boot. Hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? Ich hab da noch mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Vinny. Und du wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich hab auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen? Das waren Brikassos. Echt? Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Vinny. Oder ich muss dich ersetzen. Rex Fury treibt mich zur Weißglut. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin. Und er behandelt uns wie Erfeln und bezahlt uns mit... Erdnissen? Cheese? Wie viel hast du gehört? Nichts. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Forrest Blackwell? Moe wird dich mit dem Löschboot einsammeln. Los jetzt. Okay, Vinny. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Rex hab. Ja, aber bevor wir da hingehen, unbedingt. Ich muss da mal los. Die Achterbahn ausprobieren. Moment, ich kann ja einbrechen oder mach ich das auf den Tisch. Fresse ich nicht wofür. Wo brauch ich das denn jetzt? Aha. Ah, okay. Das sagt er mir hier natürlich nicht, weil es ja hier auch... Oh, ne, Fock. Okay, wo kann ich das denn einsetzen? So viel zu machen gibt's hier. Naja, ich wechsle jetzt mal auf eine andere Person. So, ich will nämlich unbedingt Achterbahn fahren. Na komm. Genau. Fisch. Ach, da oben. Genau. Stopf die alle in deinen Helm rein. So, jetzt sag mir aber... Mal, wie teuer ist sie? 50.000! Okay. So viel dazu. Shit. Okay. So, jetzt mach ich aber grad die Statue kaputt. Wenn die schon mal TNT hier in der Nähe hatten. Also, da. Hoffentlich krieg ich es. So, perfekt. Yeah. So, jetzt können wir ruhig da mal hingehen. Ach. So, alles aufsammeln schön. Mal den Sportwagen da holen. Dann auf zum Ziel. Ey, warum ist das Ding schneller, bitte? Ah, ich dachte schon. So, und da geht's mal alles aufsammeln. Nein. Ich bin schon wieder gegen die Wand. Aha. Okay. Ich wette, das Ding ist nicht wasserdicht. Nee, nicht ganz. Einbruch auf die Schnelle. Okay. Dann trinke ich mal grad auf die Schnelle. Ah, schön, dass kein Ladebalken kommt. Ah, schön, dass kein Ladebalken kommt. Egal. 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 Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt. So reich, wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach ja? Was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in der Höhle gelebt? Hm, so ähnlich. Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell-Nationalpark bauen. Aber dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchen-Art entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja, er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. So, jetzt sind wir lieber still. Mit einem Riesenboot. Natürlich. Ich warte hier und lasse den Motor laufen. Du gehst hoch, sagst das Zeug ein und kommst zurück. Okay. Jo, okay. Das muss ich kaputt machen. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße, egal. Okay, das soll ich auch machen. Wollte ich es sehen? Nix. Das ist natürlich zu viel gemacht. Hey, Kamera, komm. Warum gehst du nicht mit? Hier ist es sonderbar ruhig. Vielleicht sind Blackwells Sicherheitsleute im Urlaub. So, Nächsten. Wie viel sollte ich davon? Ah, okay, vier. So, das sollte ich auch kaputt machen. Okay. Vielleicht auch nicht. Warum auch immer ich Polizei-Leute festnagel. Nein! Das ist ins Wasser geschmissen. Wo krieg ich jetzt mein letzter Verkleidung? Das wär cool.